Wir sind in meinem Team inklusive mir neun Personen. Wir sind eine reine Frauenabteilung, was auch üblich ist in der Buchhaltung. Uns macht es zum Team, dass man sich gegenseitig einfach unterstützt und hilft, vor allem auch im Urlaub oder wenn wer krank ist. Oder dass man auch mal außerhalb der Arbeitszeiten auf den Christkindlmarkt geht oder was essen geht. Wir sind ein junges dynamisches Team und auch wenn man mal mehr Arbeit oder High Season ist, helfen wir alle zusammen. Wir haben Minimum einmal im Monat ein Show Fix. Bei brisanten Themen versuche ich es alle zwei Wochen zu machen. Also im Unternehmen gibt es Veranstaltungen für komplette Firmen wie Oktoberfest oder Weihnachtsfeier, wo einfach komplette Unternehmen mit Kollegen von Freilassing zusammenkommen und dort auch trifft. Wenn man etwas braucht oder Hilfe benötigt, geht man einfach direkt zu dem hin und löst es am besten auf direkten Wege.